Hallo und Salamu alaikum. Ich bin Dylan Dattel. Heute zeige ich euch, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Orient. Ich wachse an großen Dattelpalmen, sodass mir manchmal ganz schön schwindelig wird. So hoch sind die. Wenn ich fertig gewachsen und lecker bin, dann werde ich meistens noch getrocknet, bevor mich die Leute essen. Bei uns ist es ganz heiß und trocken. Aber meine Freunde und ich fühlen uns hier pudelwohl. Meine Nachbarin Franzi Feige wächst auch hier im Orient und ist ganz empfindlich. Man darf sie nicht zerquetschen, denn ihr Fruchtfleisch ist ganz weich. Im Gegensatz dazu ist ihr Namensvetter Kira, die Kaktusfeige, ganz schön stachelig und gar nicht empfindlich. Wenn man sie erstmal von den Stacheln befreit hat, kann man das leckere, weiche Fruchtfleisch essen. Bei uns wächst auch ein ganz besonderer Apfel, Greta Granatapfel. Sie ist auch rot, hat aber ganz viele kleine Kärnchen, die man mit viel Mühe herauslösen muss. Aber ich sage euch, den Aufwand ist es wert. So meine Lieben, es lohnt sich also, uns alle mal genauer kennenzulernen. Viele Grüße aus dem Orient von eurem Dylan Dattel und den frechen Freunden. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017